Speckböhnchen und Bratkartoffeln 40 Zubereitung plus 25 Min. Garzeit am Vortag, Klammer zu. Pro Portion ca. 245 Kilokalorien 9 Gramm EW 8 Gramm F 32 Gramm KH. Für 4 Personen viel 400 Gramm grüne Bohnen, Klammer auf am besten zarte Kenia-Böhnchen, Klammer zu. Salz 50 Gramm durchwachsen Räucherspeck, Klammer auf ohne Schwarte, Klammer zu. 2 Schalotten 1 Esslöffel Butter frisch gemahlener Pfeffer für die Bratkartoffeln 800 Gramm, gegarte Pellkartoffeln 2 Esslöffel Butterschmalz Salz außerdem Eiswürfel. 1 Die Bohnen waschen eventuell entfädeln, das heißt die Spitzen mit einem kleinen Messer abschneiden und dabei die Nähte, die die Schotenhälften zusammenhalten, von harten Fasern befreien. Eine Schüssel mit kaltem Wasser füllen und ein paar Eiswürfel hineingeben. 2 in einem Topf 1 Liter Wasser aufkochen lassen, eine türkische Liga Salz hinzufügen und die Bohnen darin in 5 bis bis fest kochen. In ein Sieb abgießen und sofort für eine bis in das Eiswasser geben. Dadurch bleiben die Bohnen schön hellgrün, Klammer auf andernfalls werden sie muss grün, Klammer zu. Bohnen in das Sieb abgießen und abtropfen lassen. Den Speck fein würfeln. Die Schalotten schälen und ebenfalls fein würfeln, Klammer auf siehe Speckzettel, Klammer zu. Die Bohnen in ca. 4 cm lange Stücke schneiden. 3 Die Kartoffeln pellen und in ca. 4 mm dicke Scheiben schneiden. Eine große oder zwei kleinere Pfannen auf mittlere Stufe erhitzen und das Butterschmalz darin zerlassen. Die Kartoffelscheiben so in der Pfanne verteilen, dass alle den Boden berühren. Die Kartoffelscheiben in 3 bis goldbraun braten. Wenden und auf der anderen Seite in 3 bis fertig braten. Leicht salzen. Währenddessen für die Bohnen in einem Topf die Butter zerlassen. Speck und Schalotten darin bei mittlerer Hitze anbraten. Die Bohnen dazugeben und bei kleiner Hitze in 3 bis erwärmen. Mit Pfeffer abschmecken. Bratkartoffeln und Speckböhnchen mit Roastbäf und Soße auf vorgewärmten Tellern anrichten. Tipp am besten vor der Zubereitung nochmal einen Blick auf den Zeitplan, Klammer auf Seite 146, Klammer zu werfen.